Und heute im Gespräch mit dem Magazin Next, Markus Baulich, ich grüße dich. Hi, danke, dass ich hier sein darf. Ja, danke, dass wir hier sein dürfen. Imposantes Gebäude, aber so hat es nicht angefangen. Wie hat es angefangen? Was war so die Initialzündung für das Megaprojekt? Ja, mein Bruder Andreas und ich, wir haben gemeinsam eigentlich mit einem ganz anderen Thema angefangen, nämlich nicht mit der klassischen Unternehmensberatung, die wir heute machen, sondern wir haben Studenten gecoacht. Das heißt, wir haben denen gezeigt, wie sie bessere Noten schreiben im Studium, wie sie darin erfolgreicher werden und denen eben Lernmethoden vermittelt, beigebracht, wie sie sich selbst motivieren, wie sie so ein bisschen einen Arbeitsethos entwickeln. Und wir mussten ja früher selbst als Berater für diese Studenten eben auch Kunden gewinnen. Also haben wir uns überlegt, wie können wir das machen, haben uns dann extrem im Thema Online-Marketing eingearbeitet. Das heißt, wir haben dann Online-Marketing gelernt, wie schaltet man Werbung auf Facebook, wie schalte ich Werbung auf Instagram und so weiter und so fort. Und dann haben wir irgendwann gemerkt, dass das anscheinend, nachdem wir damit losgelegt haben und auch Erfolg hatten mit Einzelkandidaten und auch tausende Kunden im Laufe der Zeit und im Laufe der Jahre gewonnen haben, haben wir dann 2016 gemerkt, dass es einen riesigen Bedarf gibt für diese Themen Online-Marketing, digitale Geschäftsprozesse und so weiter und so fort auch im B2B-Markt und sind dann so ein bisschen reingerutscht in diese Unternehmensberatertätigkeit. Dann haben wir seit 2016 angefangen, kleine, selbstständige, mittelständische Unternehmen einfach zu beraten und denen zu zeigen, was wir einfach online selbst herausgefunden haben mit Learning by Doing und daraus ist jetzt halt Baulig Consulting entstanden. Und das ist dann natürlich in den letzten sechs, sieben Jahren durch viel Arbeit, eine Prise Glück und viel Willenskraft irgendwann entstanden, so wie es heute ist. Ist das mit dem Erfolg so, dass am Anfang noch sämtliche Leute einem auf die Schulter klopfen, das aber mit steigendem Erfolg doch zunehmend nachlässt, dass die ringsherum einem das noch gut gönnen können? Ja, es gibt also mehrere Phasen. Die erste Phase ist eigentlich, wenn man loslegt, man hat sehr, sehr viel Kritik von außen. Die Leute sagen, hey, hier, mach doch was Richtiges, mach doch was Ordentliches. Als wir Studenten gecoacht haben, ja, da wurden wir so ein bisschen belächelt und die Leute haben das amüsiert, bis es dann irgendwie im Laufe der Zeit halt größer und größer wird und auch dann zu einem seriöseren, nachhaltigeren Geschäft. Das ist, glaube ich, immer so, wenn man irgendwie anfängt und so ein bisschen aus der Masse heraussticht mit dem eigenen Ding eben. Und dann, wenn es größer wird und größer wird, ja, dann hat man natürlich, kommen dann viele Leute und sagen, ja, hier, ich habe schon immer an dich geglaubt und ich habe immer gewusst, du wirst es schaffen, die vorher das vielleicht nicht so kommuniziert haben. Aber klar, natürlich auch auf der anderen Seite gibt es extrem viel Kritik auch, Neid, die man dann irgendwann merkt und irgendwie Leute sprechen über einen, teilweise auch nicht so freundlich oder so, was dann einen schon überrascht, weil man ja eigentlich im Grunde nichts anderes macht, als was man vorher gemacht hat. Man geht einem Job nach, mit dem man arbeitet, nur der eine hat vielleicht ein bisschen mehr Verständnis dafür, der andere ein bisschen weniger, weil man einfach sich nicht mit dem Unternehmersein so verbinden kann, also emotional, ja, weil man sich einfach nicht so hineinversetzen kann darin, dass wir das machen. Und dann kriegt man natürlich auch schon mal hier oder da Kritik, vor allen Dingen auch online, ja. Also online haten kann man leicht, sag ich mal so. Also die Anonymität schützt. Wie sieht es aus mit dem Vorurteil, dem pauschalen Vorurteil? Jemand, der sehr jung ist, kann nicht die notwendige Kompetenz dafür mitbringen, der kann diesen Erfolg noch nicht haben. Wie gehst du mit diesem Vorurteil um oder bist mit ihm bisher umgegangen? Ja, das ist ja an sich in vielen Thematiken ein berechtigter Vorurteil, dass man sagt, man muss ja eine gewisse Erfahrung gesammelt haben, um überhaupt jemanden beraten zu können. Wenn man jetzt loslegt, zum Beispiel in so einem klassischen Thema wie jetzt Steuerberatung. Natürlich ist ein Steuerberater, der zehn Jahre Berufserfahrung hat und auch extrem interessante Mandanten bearbeitet hat und viele Gestaltungen durchgeführt hat, viel erfahrener als jemand, der loslegt. Aber man kann auch, und das machen die meisten Menschen, in einem Job starten und dann ein Jahr lang einfach 20 Mal wiederholen. Das heißt, man lernt nichts dazu. Man macht jedes Jahr immer das Gleiche, entwickelt sich dort nicht weiter und bleibt dann auch an der Stelle hängen. Das heißt, man kann auch sehr, sehr inkompetent sein, obwohl man schon älter ist und auch viel Berufserfahrung hat. Das heißt, es ist ein Trugschluss zu sagen, hey, nur weil jemand etwas lange macht, ist er gut darin und nur weil jemand etwas kurz macht, ist er schlecht darin. Sondern es geht darum, was hat diese Person geleistet? Was ist sozusagen der Track Record? Bei uns war es ja so, wir haben bei den Studenten Marketing gut angewandt, deswegen hatten wir tausende Kunden. Und wir haben nie etwas anderes behauptet am Anfang 2016, als zu sagen, hey, wir können dir in deinem Marketing helfen. Ich habe ja nicht 2016 gesagt, hey, ich zeige dir, wie du ein Multimillionenunternehmen aufbaust. Das ist das, was wir heute zum Beispiel stolz sagen können, weil wir es schon mehrfach gemacht haben. Sondern wir haben einfach nur das den Leuten beigebracht, wo wir auch wirklich die Expertise eben hatten. Und unsere Expertise hat sich im Laufe der Zeit eben entwickelt. Ich habe heute viel mehr Erfahrung in der Unternehmensführung, allen möglichen Controlling-Themen, Marketing-Themen. Wir sind natürlich auch nochmal auf einem ganz anderen Level, was das Thema Online-Marketing oder Marketing allgemein angeht, als vor fünf oder sechs Jahren. Aber diese Kompetenz, die muss ich halt eben entwickeln. Ich stehe jetzt mittlerweile, bin ich ein gefragter Speaker sogar. Ich bin letztes Jahr bestimmt auf 15 bis 20 Bühnen gewesen. Zuletzt vor zwei Wochen, vor 7.000 Menschen bei der Founders Summit in Wiesbaden. Und klar, heute sagen die Leute natürlich, der Markus muss ja irgendwas Ahnung haben, sonst würden die Leute nicht zuhören. Aber das hat sich ja entwickelt und da muss man sich einfach die Zeit nehmen und diese Erfahrung halt eben auch sammeln. Da kann man auch mit 28 vor so vielen Menschen auf der Bühne stehen, wenn man das halt getan hat. Und jeder muss halt in seinem eigenen Tempo das Ganze gehen. Man sollte aber dieses Vorurteil so ein bisschen ablegen, weil das ist sehr, sehr simpel gedacht, finde ich. Es gibt ja diesen Satz, Erfolg gibt einem Recht. Und bei einem Jahreswachstum von mehr als 300 Prozent plus 6.000 betreuten Klienten und mittlerweile über 60 Vollzeitmitarbeitern, das ging alles rasend schnell. Aber wenn man jetzt für so viele Leute Verantwortung tragen muss, das lastet auch ein bisschen auf einem, dass man sich dieser Verantwortung bewusst sein muss? Ja, natürlich. Also wir haben sehr, sehr viel Verantwortung, wie du gerade gesagt hast, 60 Vollzeitmitarbeiter, die alles zu Hause haben, Familie, Haus, Fahrzeug. Ja, die zählen darauf, dass die Entscheidungen, die jetzt mein Bruder oder ich treffen, die richtigen sind. Weil wenn wir eine falsche Entscheidung treffen, ja, hat das eine Konsequenz aufs Unternehmertum. Das ist natürlich ein gewisser Druck. Aber durch die jahrelange Arbeit, durch das, was wir machen und das Know-how, was wir eben aufgebaut haben, meine ich zu wissen, was die richtigen Schritte sind. Was auch schon gesagt, wir sind sehr, sehr schnell gewachsen. Das ist natürlich nicht nur reines Glück gewesen, sondern natürlich auch, wir haben schlaue Sachen gemacht, sehr, sehr gute Business Moves, sage ich mal, durchgeführt und auch nachhaltiges, seriöses Geschäft jetzt aufgebaut in den letzten sieben Jahren mit Baulig Consulting, also jetzt nur dieser Brand. Und ja, dementsprechend bin ich da zuversichtlich, dass wir das auch weiterhin so schaffen werden. Weil es wird, das Verständnis von uns, ja, was Business angeht, wird ja immer nur noch besser. Wir durchdringen das immer mehr, auch über die ganzen Erfahrungen, die wir mit den Kunden zum Beispiel sammeln. Wir haben ja nicht nur unser Unternehmen aufgebaut, sondern auch tausenden Unternehmern und Selbstständigen geholfen, ihre Umsätze zu steigern, zu vervielfachen, mehr Mitarbeiter einzustellen und so weiter. Und das spiegelt sich natürlich auch dann wieder in unserem Wissen wider. Was sind die typischen Sorgen und Probleme des Neukunden, der zu euch kommt? Wie sieht der so aus? Mit was kommt der zu euch und was erwartet der von euch? Ja, wir haben unterschiedliche Segmente, die so zu uns kommen. Zu Beginn kommen meistens, sage ich mal, Leute, die jetzt gerade anfangen irgendwie mit ihrer Selbstständigkeit. Das sind Dienstleister oder einfach Geschäftsführer von Unternehmen, die einfach sagen, hey, ich brauche besseres Marketing, ich will mehr Kunden gewinnen. Dann helfen wir denen eben dabei, zum Beispiel Online-Marketing einzusetzen, aber auch Offline-Marketing-Kampagnen zu entwickeln, die dafür sorgen, dass die ja einfach mehr Kunden und Kundinnen anziehen. Dann gibt es natürlich auch den Fall, dass Unternehmer zu uns kommen, die schon größer sind, die schon viele Mitarbeiter haben, die vielleicht auch schon Millionenumsätze machen, aber total gestresst sind von ihrem Unternehmen und sozusagen in so einer Art goldenen Hanselrad sitzen. Und den bringen wir halt eben bei, hey, wie kannst du deine Firma so umstrukturieren? Wie kannst du digitale Geschäftsprozesse so aufsetzen, dass du selbst nicht mehr im Business arbeitest, sondern wirklich am Geschäft arbeiten kannst? Also nur noch strategisch arbeitest, wie mein Bruder und ich das auch tun und geben denen dann da zum Beispiel Hinweise mit, wie man sowas macht. Und dann haben wir halt einfach extrem viel Ahnung in den Bereichen Vertrieb, Vertriebsprozessoptimierung, auch die internen Strukturen so aufzusetzen, dass man wirklich sein Business vom Handy aus steuern kann. Ja, ich kann seit 2020 im Grunde alles von meinem Handy aus hier in Bewegung setzen oder checken und prüfen, was halt nicht selbstverständlich ist für einen Geschäftsführer, dass er dazu in der Lage ist. Und wir zeigen halt unseren Kunden, wie sie das für sich halt möglich machen. Und das hat natürlich einen riesigen Bedarf da draußen in der Wirtschaft. Ja, viele wollen das. Und wir bedienen halt diesen Bedarf. Außerhalb vom Business. Das Business nimmt dich sehr in Beschlag, das kann man sich vorstellen. Aber außerhalb vom Business, was macht dir im Leben sonst noch Freude, wo du dich noch ein bisschen zeitlich zuwenden kannst? Ja, ich versuche möglichst viel zu reisen aktuell. Also bin relativ oft unterwegs, verbringe gerne Zeit mit meiner Familie. Und ich bin auch so ein bisschen so ein Gamer. Ich spiele gerne auch Nintendo, Playstation und finde natürlich auch dafür noch Zeit in meiner Freizeit. Und natürlich gehe ich trainieren, treffe mich mit Freunden. Das, was jeder so macht, denke ich, da draußen. Was wünschst du dir selbst für die Zukunft dieses Unternehmens? Ja, ich wünsche mir selbst, dass das halt alles weiter so läuft, wie es gerade läuft, weil es sowohl eine entspannte Work-Life-Balance gibt, nicht nur für mich jetzt, sondern auch natürlich für unsere Mitarbeiter, die diese Möglichkeiten bestehen. Und dass wir dann trotz dessen halt immer weiter quasi das Geschäft und den geschäftlichen Erfolg jetzt einfach mal zahlenbasiert weiter ausbauen können. Das heißt, noch mehr Umsätze machen, noch mehr Kunden bedienen, einen geilen Service liefern und einfach die Firmengruppe, weil wir ja mittlerweile auch zum Beispiel in Softwareunternehmen investiert haben, weiter auszubauen, sodass da strategisch halt ein rundes Gesamtpaket für den Kunden irgendwo rauskommt, wo er einfach bei uns kaufen kann und weiß, hier ist er gut aufgehoben und natürlich gleichzeitig schöne Arbeitsplätze hier im Raum Koblenz zu kreieren und ja, einfach mit der Familie, weil ja das auch ein Familienunternehmen natürlich ist, hier jetzt eine coole Zeit zu verbringen und Spaß zu haben bei der Arbeit. Dann wünsche ich eben auf diesem Weg viel Erfolg und vielen Dank für das angenehme Gespräch. Danke dir.